Herzlich Willkommen zurück hier bei einer weiteren Folge Minecraft Feeds the Beast Infinity So wir hatten ja jetzt eben gerade das Decay & Reed noch geholt was wir natürlich in unseren Mäustener schmeißen damit ihr da schön weitermachen kann was ich noch machen würde ich hatte ja auch gesagt ich wollte Plant und sowas schon mal vorbereiten was ich aber noch machen würde ist gerne wir hatten doch diese XP Büsche Sawdust Mensch wie heißen die denn Or 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 Ich weiß auch nicht wie die hier im ME System aussehen es gibt immer mehr zu tun aber erst mal ist eins fertig also pass auf diese dinger herstellen aus den dingern machen wir diese dinger aus den dingern machen wir so nicht aber so machen wir diese dinger so das ganze füllen wir da rein also im me system wurde gerade hier nicht jetzt müssten wir theoretisch eigentlich alles zusammen haben um davon ordentlich herzustellen so cable kein caps am besten stop vorher wenn ich gerne mal gucken was die smart cable brauchen wir brauchen auch das covered cable dann machen wir natürlich davon auch noch mal einen weil die brauchen wir auch so covered cable ist das zwischenprodukt smart cable davon hätte ich gerne 100 stück und wie man da schon sieht nur alleine 100 von denen machen wir erstmal 50 35 haben wir ja noch weil man sieht ja was die hat an einen extremen bedarf von dieser verdammten scheiß baumwolle haben und dann wird uns wahrscheinlich auch demnächst der glowstone ausgehen der glowstone ausgehen der glowstone ausgehen komm schon danke achso jetzt haben wir davon 85 das ist okay jetzt würde ich gerne mal gucken ja hier nur noch 600 davon wir hatten über 2000 gehabt das heißt wir werden jetzt hier von vielleicht auch nochmal ja da sieht man es da sieht man es wir kriegen davon der Menge glaube ich vielleicht 20 hin noch nicht mal 18 18 bekommen wir gerade so hin das reicht bei weitem wir müssen mindestens 26 das heißt wir brauchen ungefähr grob über den Daumen gepeilt 10.000 10.000 Baumwoll in etwa würde ich jetzt mal so behaupten wenn ich mal hier so ausgucke kommt der mit dem Ernten hinterher ach so das haben wir noch gar nicht automatisch gemacht ich dachte das kommt schon automatisch rein oh Mist das heißt das müssen wir noch automatisieren geht das schon automatisch hier ne ist schon vorbereitet aber geht noch nicht ja ist ja gut ja ist ja gut das müssen wir noch eine ganze ecke mehr herstellen ich meine das sind zwar bei weitem keine 10.000 aber 2000 werden das bestimmt werden wir müssen auch da müssen noch Platz lassen also können jetzt nicht alles da einschmeißen also können jetzt nicht alles da einschmeißen ach das ist schon eine ganze ecke was wir da haben also können wir noch mal wir waren eben gerade auf 0 runter und wenn das alles durchgelaufen ist dann ach so wir sollten vielleicht noch mal kontrollieren wegen plastik leplastik 170 leplastik Glowstone, ja wir bauen auch schon der Glowstone. Glowstone und Dings. Ja gut, in der Zeit wo das hier weitermacht, können wir hier noch mal eine kleine Tour machen. Oh, und ich höre einen Ghast. Da ist auch noch Graz. Ach so, sag ich das Falsche. Mist. Ne, mein Quarz hierher. Nein, stopp. Ach Mist, hier sind die ganzen Fackeln weg, ne. Das habe ich vermutet. Da sind die Fackeln. Weil, komischerweise, er löscht jedes Mal die Wegpunkte hier, ich weiß nicht warum. Aber guckt euch das hier mal an. Wie viel hier schon weg ist. Gut für uns. Weil, so können wir uns relativ schnell Glowstone holen. Das hängt jetzt hier schön frei rüber. Das Teil ist schon der Wahnsinn. Vor allem, wie schnell er das auch alles abbaut einfach nur. Wenn wir jetzt da noch so einen Ring haben, der das magmatisiert bzw. hier ansaugt. Dann erhöht sich die Effektivität ja nochmal. Dann geht's mal an. und wieder der gute nebeneffekt es bringt uns dick fett level wo ist unser ghast, die gaga hast ja es geht schon sehr 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 zügig hier zinn will ich nicht hier, hier hier liegt alles voll mit blowstorm da kommen wir auch wunderbar hin ich glaube meine maus wird jetzt langsam echt akut das habe ich ja schon vor ein paar folgen angesprochen dass meine maus so langsam den geist aufgibt dass ich ganz dringend meine maus brauche habe ich immer noch nicht gemacht muss ich dann mal schauen dass ich jetzt wirklich mal ganz ganz dringend loskomme wo ist denn der ghast ich höre die ganze zeit nicht gut hier noch quaz das sieht aus und schon level 20 wieder da haben wir noch was da haben wir noch was ok mit so vielen sollte ich mich vielleicht nicht anlegen na gut vielleicht auch für quaz legt man sich doch gern mit den vierten vor allem wenn man schon eine gute rüstung hat da ist er ja wir haben eine ghastia wir haben sogar zwei ghastias warte mal wir sollten uns vielleicht mal ganz kurz so hier in die ecke stellen und eventuell dich mal aufladen dich mal aufladen und da noch mal ein bisschen was reinpacken weil die folge ist auch schon wieder vorbei und für die nächste folge für die nächste folge da habe ich mir was besonders einfallen lassen lasst euch mal überraschen 1,6 millionen ich guck mal an wie lange oder wie gut dieses gerät einfach ist wir haben jetzt gerade mal die erste ladung von dem teil weg noch nicht mal wo 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 ich nehme natürlich selbstverständlich und zum portal zu früh jawohl ja einmal hinein hier ist dunkel so unsere ausbeute 3 gas tiers interessiert mich nicht 1 2 3 4 5 6 7 stack close down 2 stack neta quads und und man muss dazu sagen eine ganze eckern level 75 280 86 580 ich bedanke mich fürs zuschauen und ich freue mich dass ihr nächstes mal wieder mal seid tschüss bis zum nächsten mal